Schwierig ist das Steuern. Schwierig ist das Steuern. Jay, ich bin. Yoda, Jonathan. Alter, Yoda-Tan. Oh mein Gott. Das ist ja brillant. Alter, wie ist doch bitte niemand auf diese Idee gekommen? Wie gerät falsch angehangen. Da, äh, wieder umgrubbern. Alter, Jungs. Alter, wie ist das? Alter, geiler Scheiß hier. Geht ja richtig ab. Ja, sei, kannst du richtig koksen. Alter, wie du so eine richtig fette Leine hinter dir herziehst. Das ist ja geil. Ja, das ist sehr schwer. Ach komm, let's go. Jetzt hab ich Punkte. Jetzt bin ich nicht mehr letzter. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen tryen. Äh, Prince of Persia. Oh, wegen Prinz und Scheich. Ja, irgendwie, das kam mir direkt in, in... Erzien wird übersetzt in Hand geschrieben. Das ist diesmal nicht richtig. Hallo. Na, dann fickt euch. Das ist gar nicht gut. Was passiert hier? Da ist sie wieder erschienen. Ich hab es genau gesehen. Wieso kann ich mich stoppen und hier drin kann ich nie mehr springen? Nice. Ist okay. Ich mach mal die Tür auf. Ich hoffe, dann exportiert wird er jetzt nicht in der Hand. Ich kann nicht, ich kann nicht lockpicken. Doch, kann ich wohl. Hä? Warum könnte ich das denn gerade nicht? Also ich warte. Ihr könnt es auch. Ich bin bereit. Ich bin so ein Fall bereit. Drei, zwei, eins. Soll nicht ganz aus. Nein, läuft einer. Oh Gott. Da sind viele Leute drin. Ihr müsst hinterher. Sepp kann da nichts, Leute. Ja, ich seh nix. Er ist wie ein Gänseblümchen im Wind. Man kriegt Fallschaden, Christian. Leute, ich seh einer rumrennen. Hä? Überhaupt nicht. Achso, Leute. Da ist einer von uns. Ja, ach du Pimmel. Wer ist denn, wenn der auf der kleinen Insel ist? Und du siehst auf der anderen Seite, Leute. Natürlich bist du es wieder, ey. Meine Fresse. Aber wir spielen einfach nicht mit Peter. Das ist eine stille Treppe. Boah, hallo. Warum zieh ich die jetzt so? Siehst du doch gut. Ey. 13, 14. Jay war für dich. Nein, ich hatte gerade noch zwei Karten, ey. Oh, Jay ist nochmal dran. Ja, danke. Da freue ich mich aber. Komm, drück mal an. Dann zieh ich doch nochmal ein bisschen. Sehr gute. Als er noch jung war. Mal gucken, ob die uns hier entgegenkommen. Wie der mich tasern wollte, die Sau. Okay, kein Nails. Nails, LVB. Ich hab ein paar Nails. Ich hab die nicht. Er schießt nach links. Nein. Ja, das war so klar. Das war so klar. Aber ich hab mich extra sogar da links gesetzt. Und der Mr. schlägt daneben. Ich weiß nicht mal, wo ich vorhin hinschlage. Aber Jay sagt, das ist klar. Die direkt 14 Dollar habt ihr direkt rausgeschmissen. Komm mal, ihr darfst mal Koks für alle. Guck mal, Bram, dafür kriegst du erstmal was. Was ist das denn hier? Koks. Komm, ey. Ab mit den Dollars. Du musst ganz tief einatmen. Ab. Ich bin mal dahinter. Schön ins Nasenloch. In beide. Gute Frage, wo Peter ist. Oh, hier ist Peter. Direkt, wenn du aus diesem Ding rausgehst, rechts und rechts. Boah, die ist aber auch hart. Die deutsche Sache. Ich konnte nicht sagen, unter dir. Ich hätte jetzt eher was mit King gedacht. Tipp Nummer 1, ja, ist die erste deutsche Übersetzung ist Scheich-Manuskripte. Also aus dem Arabischen übersetzt. The Elder Scrolls geht in Magtutat Al-Qsaik ins deutsche Scheich-Manuskripte. Hast du uns jetzt gerade die Antwort gesagt? Hast du gerade auch gerade gesagt? Oh, habe ich euch gerade die Antwort gesagt? Okay, dann wollen wir uns auch nicht mehr drücken. Okay. Ja, gut. Ich habe mich auch gerade gefragt, so The Elder Scrolls. Dann revidieren wir jetzt hier alles. Auch die Punkte, die Sepp gerade gemacht hat. Nein, ich habe mich selber mit dem Plasma-Strahl zerstört. Es kann nicht sein. Aber ich habe dich nicht gekillt. Lol, Nikolaius hängt in der Strecke. Oh nein, Happy. Nein, Happy. Das darf auch nicht passieren. Scheiße, das war gar nichts bei mir. Ich bin raus, einfach raus. Ich habe nur Toll geworfen. Das ist gerade 80 Meter. Er zählt richtig kranken Scheiß. Bullshit! Mama, hier hat was gepiept. Ja, die Waschmaschine hinter dir. Als ob die jetzt gerade fertig sind, wenn wir hier rumlaufen. So, jetzt küsst du ihn wieder auf dem Dach. Ja, ich sehe ihn auch auf dem Dach. Hallo, da endlich. Ich sehe ihn auch auf dem Dach. Hey! Oh, er hat ihn gefunden. Oh mein Gott. Ich bin einfach auf dem Dach gesprungen. Ich bin einfach auf dem Dach gesprungen. Wie hast du das nicht gesehen? Das ist ein Schaden. Was macht's? Scheiße. Der ist ja hier am Sneaken, oder was? Scheigedämpft dann, oder was? Wenn ich... Das ist... Ihr sitzt auf dem Döchern gegenüber! Meine Fresse, ey! Nein. Er ist saved. Ich glaube... Nein, es ist... Ich habe 6 HP. Ich habe 6 HP. Nicht sterben. Nicht sterben, nicht sterben. Nee, mach mal eine Schasse. Boah! 3 auf 3 runter. Easy. Easy. Gar nicht knapp. Wenn ihr auf Gap bleibt, kann ich es verhindern. Ja, Peter... Wow, da kann ich es verhindern. Grieber Schwenk. Hä, konnte ich! Was hat der denn? Ich habe es doch jetzt verhindern. Eine rote 7 hat der. Eine rote... Oh! Wenn ich jetzt die rote 7 lege, dann ist das nicht so gut. Dann kann er ja zwischenlegen. Dann kann ich ihm nicht vorher die Karte klauen, ne? Maschinerie für. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal shoppen gehen, richtig? Ja. Fahrzeughändler. Wow! What? Oh mein Gott. What the fuck? Was das... Alter, ich bin geflogen. Du und ich zusammen sind, ey. Ja, was ist denn das dann? Ist das ein Mähdrescher? Ihr habt einfach den teuersten Mähdrescher genommen. Den teuersten Mähdrescher. Ja. Ja, Kombination. Peter, ich glaube, wir shaven hier richtig. Alter, Sebastian. Nein! Nein! Da habe ich drauf gewartet. Sebastian, fuck, endlich können wir kaufen. Du machst mich irre. Äh, ja. Tipp Nummer 2 ist ein Zitat aus dem Spiel. Ach, du Scheiße. Krieg. Krieg bleibt immer. Nein! Nein! Jetzt voll laut. Christian, korrekt. Ja. Oh Mann, Alter. Ne, jetzt ist der schon wieder da, der Penner. Ay, come on. Alter. Ja. So eine Scheiße. Mann. Das war so gut. Oh nein. Das war ein bisschen zu fest. Was heißt denn online, Peter? Ja, dich hinter mir zu haben, ist was, was, ich weiß ich nicht, ob ich das will. Ach, Peter, früher als wir zusammen gewohnt haben, hast du das öfter gewollt. Nein, nein, habe ich das nicht. Kannst du jetzt bestreiten, aber ich habe da Aufnahmen von. Das ist eine Lüge. Wovon? Ja, das ist sehr verwirrt. Das kann ich auch nicht, Jay, und ich habe es ausgewählt. Das ist mega. Peter, wir haben gewonnen. Alter, sei ruhig, Sebastian Lenz. Er hat safe gewonnen. Da hätte ich lieber Animal Crossing gespielt. Jay hat mir eigentlich Animal Crossing gegeben, also das neue DLC explizit, als Bestrafung. Und dann habe ich mir das gekauft, habe das runtergeladen, musste ein neues Spiel anfangen, weil ich keinen Speicherstand mehr habe, aber ist kein Problem. Die Mods haben gesagt, du musst nur den ärgsten Tag machen. Da habe ich sogar extra noch so schön dieses scheiß Tutorial gemacht. Und... Alter, hier geht es auch in den Keller. Nee, kann ich aber nicht. Und habe dann meine Switch von dem Internet abgestellt. Ja, habe den Tag geändert, damit der Flughafen auf ist. Starte wieder Animal Crossing. Flughafen sagt immer noch nichts Neues. Ich so, Alter, wie kann das sein? Google ich, musst du noch drei Sachen ingame erfüllt haben, was super lange dauern würde, wo keine Sau Zeit für hat. Ich wurde angelogen und wurde so jetzt dazu gebracht, auch noch eine halbe Stunde Animal Crossing zu spielen, bis ich dann selber gegoogelt habe und fest... Merke nicht auf die Mods hören. Einfach lieber selber googeln. Wo? Oder nicht? Ich glaube, Jay sitzt da. What? Oder ist das ein NPC? Hä? Aber das ist ein NPC. Wo ist ein NPC? Oder? Auf dem Dach, über dem Schild The Unicorn. Nee, das war doch kein NPC. Hast du schon Jay? Ja, möglicherweise war ich das. Easy Game. Easy Game. Ich bin nur am Abscheißen gerade. Eine dieser Ausdrucksweise, what? Was bist denn du hier abrutschriegen? Ja, ich versuchte, mit der Pistole zu killen. Scheiß dir in dein Arschloch. So viel Geld haben, ne? Die haben aufgegeben. Die haben aufgegeben. Die haben aufgegeben. Ey, Jay, kannst du mir in eine AK legen? Nee. Peter, ich kann mich auch immer engagieren bei dir, ne? Nee, hat Jay schon gemacht. Er steht nicht zu seinem Wort. Aber er hat doch ein Nein gesagt. Ja. Ja. Nee, da muss ich so gute Zahl kommen. Ich hab nur noch kein Rot. Immer noch kein Rot. Immer noch kein Rot. Ja, jetzt wird jetzt dann wahrscheinlich eine Zahl kommen. Kommt da eine 2? Ja, das ist hart enttäuschend. Irgendeine 2? Du hast 14 Karten. Du brauchst... Ohohohoho! Neeein! Im Blut! Alter, ich hatte eine rote Karte auf der Hand, aber die konnte ich nicht legen. Boah, der war stark. Was? Ja? 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 Scheiß! Alter, war das so schwer. Einer sollte da an dem Scheißnetz sein. Geht auch. Aber dann bleib auf deiner Seite am Netz. Also, weißt du? Mal kurz gucken, wie man da überhaupt macht. x. Land klicken. Und dann... 21. Die kostet nur 92.000. Das ist ja nix. Ja. Geil! Hey! Was passiert hier? Ich wollte nur wissen, ob das funktioniert, das Gerät. Alter, der ist doch falsch. Gehört er grad! Ich verstehe. Schau mal, warum Leute das spielen. Das ist schon befriedigend. Guck dir dann mal an, wie wir hier zu viert einfach mal die Hälfte des Feldes wegknallen. Ja gut, ne? Die 2 Millionen müssten ja auch vernünftig investiert worden sein, ne? Ja, das sind sie, würde ich sagen, auf jeden Fall. Oh, guck mal, wie viel da oben an Mais rausgespuckt wird. Das sieht ja awesome aus. Ja, ich hab diese scheiß Pistole, Mann. Scheiß Pistole, Mann. Ich wollte auch gar nicht sagen. Ach, meine Fresse. Pistolenmann wäre, glaube ich, ganz schön awesome. Ach, der sitzt da in einer Ecke, oh mein Gott. In dem Gang. BOOM! 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 Der Headshot war asozial. 2 Jersey Wir l Interessiert!